Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder bei meinem Let's Play von Tenshu Stealth Assassins. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal, haben wir den Manjigould infiltriert und die Zombies gekillt. Und diesmal sollen wir einige Piraten aus einem Dorf vertreiben. Gut, weil die sich da eingeschlichen haben und wollen alle killen. So, okay, es gibt hier nämlich einen Endboss, das weiß ich noch. Deswegen nehme ich jetzt hier solche Items mit. So, Knaller-Items sozusagen. Und jo, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an hier. Genau, zerstöre die ausländischen Piraten. So, Never Harm the Innocent, ja das stimmt. Alles klar. Jetzt haben wir hier wieder die Riesen-Map. Da würde ich sagen, geht es hier auch direkt los. Der Typ, ne? Ah, das war ein bisschen dumm, glaube ich, oder? Ne, das geht. Der geht jetzt voll fokussiert dahin. Die gucken auch nicht an die Seite. Das ist gut. Und genau, ja. Ah, scheiße. Oh, shit. Da ist wieder irgendeiner. Ja, willkommen zu meiner Freitagsfolge. Wieder ein bisschen früher zu Hause, deshalb kann ich jetzt hier so schön aufnehmen. Und genau. Ah, nein. Geh doch da drauf, Mensch. So. Dann, jo. Geh hier aufs Dach. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was da hinten ist. Sorry, wenn ich gerade ein bisschen leise geredet habe. Sagen wir es mal so. Oh, okay. Jo, da unten. Sehr schön. Und zack. Genau. So. Du stirbst. Der andere ist da vorne. Ja, die geile Mucke hier auf jeden Fall. Da ist er... Ah, das ist ein... What? Normaler Typ. Ne, ne, das ist ein normaler Typ. Den kennen wir nicht. Guck mal hier, Ayame. Yeah. Wieder mit ihrem sexy Panzer. Ah ja, schauen wir mal. So. Jo. Würde ich mal sagen. Geh da bitte hoch. Ah. Was? Was? Ach, da hinten ist noch einer. Ah, ich verstehe. So, dann dreh dich mal bitte rum. Ja. Das reicht aber noch nicht, Kollege. Noch einmal, da bist du tot. Genau. Und schneller. Und zack. Jo, das war's mit dir. Wo ist hier der Nächste? Hier unten drinnen wahrscheinlich, ja? Ich kann mich an eine ziemliche Scheißstelle in diesem Level erinnern. Ah, schauen wir mal hier. Nee? Okay. Wo versteckst du dich? Ich krieg dich... Ah, ah. Ah, nein, 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 nein Moment. Moment. Wo ist der? Wer hat da irgendwas entdeckt? Irgendwo hier dreht er sich. So. Ah, hier drin oder was? Ich muss mal schauen. Ja. Da. Da sind zwei. Okay. Es sind zwei Gegner. So, dann muss ich es anders machen. Dann muss ich, wenn ich kann. Das geht natürlich nicht. Muss ich aufs Dach hier. Und die dann von oben killen. Weil zwei auf einmal, das geht nicht. Ich schmeiße jetzt gleich ein Gift. Reiß. Wo, was? Okay. So. Wo ist der andere? Der Typ steht schon mal richtig rum. Wo ist der andere? Ist da noch einer gewesen? Verarsch mich nicht. Ich schmeiße jetzt ein Gift. Reiß da hinten hin. Dann geht mal da hin, Freunde. Geht mal da hin. So, zack. Da ist der nächste. Nein! Oh, Mann. Wie soll ich das denn machen hier? Hey. Oh, scheiße, 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 scheiße. Jetzt geht es wieder los. Ja, ich weiß. Ah, geht da rein. Und jetzt anschleichen. Oh, nee. Ah, du Wichser. Ein Wichser. Einfach nur ein Wichser. Ein richtiger Wichser ist das. Egal, dann kille ich den jetzt so. Ist mir scheißegal. So. Und zack. Ja. Okay. Und zack. Dann kill den so. Ist mir egal. Ah, oder? Ich weiß nicht. Nee. Nee. So. Und? Der rennt mir nach. Ist klar. Shit. Dann kill den halt so. Und zack, zack. Und zack. Nee. Okay. Ah, scheiß. Aua. Ey. Mach jetzt nicht einen auf... Mach jetzt keinen dicken Mann hier, ey. Ey. Geh halt... Geh halt runter. So. Ja, ist egal. Ha. Der sieht mich, der Spasti, ne? Ja, genau. Und da kann ich jetzt nicht hier raus. Danke. Dann geh halt hinten hoch. So. Ich muss jetzt gerade auch irgendwie nochmal... Nee, nee. Stopp. So. Ich muss da hoch. Geh da bitte hoch. Sie geht nicht hoch. Okay. Dann will die das nicht. Dann ist egal. Ah. Ja. Er hat sich selber gekillt. Das ist natürlich... So kann man es auch machen. Ja. So kann man es auch machen. Das ist natürlich immer geil. So. Ey. Ich wollte eigentlich springen. Egal. Oh. Oh. Aua. Oh. Was ist das denn? Oh. Hat der eine Knarre in der Hand? Da ist der Spock. Ey. Wie sieht der mich denn noch? Geh zurück. Ja. So. Alles klar. Boah. Hat der eine Waffe in der Hand? Ey. Das ist mein Ghetto. Nicht deins. Okay. Moment. So. Wenn er es jetzt noch einmal rumdreht, ist der fällig. Ah. Wieder diese Dune 2000 Musik. Finde ich sehr cool. Auf jeden Fall. Soundbugs. Die haben wir überhaupt keine Ahnung. Ah. Jetzt dreht der sich nicht rum. Der will. Der will nicht sterben. Ja. Kann ich verstehen. Aber es muss halt sein. Zumindest für die Erledigung meines Auftrags hier. Sieht er mich jetzt, wenn der da? Ah. Oder so. Sehr schön. Alles klar. Ah. Da haben wir dich. Da hat mich noch einer entdeckt. Wo hat mich denn hier noch einer entdeckt? Wo denn? Nach da oben. Ah. Ah. Ey. Der sieht mich von da oben. Okay. Moment mal. Ich muss mal gerade hier. Ja. Wie soll ich denn das machen, wenn er jetzt da die ganze Zeit hier... Ne. Das geht doch nicht. Moment. Wenn der Nüchter die ganze Zeit entdeckt. Zählt das jetzt jedes Mal als entdeckt? Dieses immer wieder entdecken? Ich weiß es nicht. So. Dann hau halt ab. Oh. Hör auf. Bist du verrückt? Alter Schwede. So. Wo ist denn der jetzt? Ist der wieder weg? Er ist wieder verschwunden. Na, Ghetto-Wächter hier. Ich weiß. Aber... Ja. Keine Ahnung. Ich nutze die Gelegenheit und gehe da hoch. So. Da unten ist der... Da unten ist der Spastik. Und der rennt wieder hier rum. Das ist... Aber wo ist der hingerannt? Ah, er hat die Leiche entdeckt. Ja. Er hat die Leiche entdeckt. Okay. So. Frage ist A da. Ja, der hat mich schon wieder entdeckt. Das gibt's hier wohl nicht. Ja, das ist doch nicht normal. Jetzt mal ehrlich. Das ist doch nicht mehr normal. Jetzt rennt er da unten hin. Da ist noch einer. Hier rennt noch einer irgendwo rum. Okay. Bisschen dumm hören die sich an. Naja. Schauen wir mal. Ich hab noch einen gehört. Wo denn? Mensch. Der ist jetzt beruhigt, ne? Oder? Nee, der ist nicht beruhigt. Wer entdeckt mich da? Das kann doch unmöglich... Da ist noch einer. Ey. Wollen die mich verarschen? Ja, kill dich ruhig selber. Ist okay, Typ. Selber schuld, wenn du so... Scheiß, scheiß entdeckst, ey. Der Speertyp hat sich selber gekillt. Und der Gewehrtyp ist jetzt noch da. Okay. Den krieg ich aber auch. Das sollte hier jetzt wirklich kein Problem sein. Moment mal. Ich hab ne Idee. Funktioniert das, wenn ich den Gift... Ah, ha, 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 ha. Er hat sich so schon selber gekillt. Okay. Nee, ich wollt einfach nur wissen, ob das funktioniert, wenn ich den Giftreis ins Wasser schmeiße. Dass die sich dann selber killen. So, das wäre immer interessant zu wissen, auf jeden Fall. Oh Gott. Ist noch jemand irgendwo. Was geht hier ab? Hallo? Hey. Was geht hier ab? Warum beruhigen die sich nicht? Ich... Ich hab Angst. Ich hab keinen Bock, hier wieder entdeckt zu werden, ey. Fuck. Da! Okay. Da vorne. Da ist keiner, okay. Da vorne. Ah. Ich nehm den Giftreis. Schleif mich mal hier an. Auf die Gefahr hin, dass auf der rechten Seite noch einer ist. Nee. Doch, da ist einer. Okay. Komm, 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 komm. Yes. Oh, irgendwas hat mich da zwar entdeckt. Aber das ist für den Typen hier erstmal egal. So. Da ist der Nächste direkt. So. Dann. Oh. Alter Schwede. Nein, nein, nein. Oh Gott. Schmeiß den Giftreis. Ah, er hat's gegessen. Okay. Ist egal. Ist egal. Komm, ich krieg den Kill auch so. So. Oh. Nein, 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 nein. Vergiss es. Hier, Giftreis. Nein, 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 nein. Oh, 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 oh. Was? Das sind jetzt auf einmal wieder zwei. Oh Gott. Oh Gott. Scheiße. Fuck. Und tschüss. Ja, das ist wieder. Ja. Ich weiß auch nicht. Oh Mann. Immer wenn die mich wieder entdecken. So, jetzt aber. So. Hört doch auf, ey, mit dem Mist. Wer? Was? Was? Was denn? Ah, irgendwo ist hier ein Vieh. Ich hab's gehört, aber. Ey. Ey, hallo? Was ist mit dem? Was geht mit dem ab? Der verschwindet einfach so. Ey, was? Ach, da ist noch einer. Alles klar. Wie soll ich das denn jetzt machen hier? Ah, das ist ein Fettsack noch, okay. Ein Fettsack, ja. Da sind's. Oh, 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 oh. Die verschwinden aber auch echt immer, ne? Ich will mal schon mal den Giftreis aus. Nein. Oh. Oh, shit. Der Typ ist aber beruhigt. Der pennt. Okay. Alles klar. Der Typ ist ruhig. Irgendwo läuft hier ein Hund oder so rum. Muss ich mal schauen. Gleich. Wenn er sich denn mal rumdrehen würde. Okay, das ist jetzt scheiße. Egal, komm. Oh, ich will hier raus, ey. Ah, jetzt. Okay, und wenn ich jetzt da hinten hinlaufe und den kille, dann kommt der andere jetzt gleich, wa? Dann kommt der andere jetzt gleich, entdeckt den da. Ist noch... Wo ist dieser scheiß Hund? Da, okay. Alles klar. Oh, Mensch. Ah, Dreckshöhle. Hast du verdient, Mann. Hat dem einen Heiltrank. Ah, dieser Hund hat mich so abgefuckt. Oh. Ne, okay. Der Typ kommt nicht raus. Frage ist jetzt... Ich geh mal da hoch. Wetten, der entdeckt mich dann, wenn ich da hoch geh. Ich geh da hoch, drehe mich direkt um. Und... Ne, der kommt nicht. Der kommt nicht raus. Warum auch immer. Also, der war doch eben hier. Genau, ja. Jetzt ist der auf einmal wieder da. Seht ihr? Da. So. Ja, natürlich entdeckt er jetzt die Leiche. Das ist doch bescheuert. Wirklich. Ey. Oh, da sind zwei, oder was? Ja, da sind jetzt zwei. Oh, Mann. Und der hat mich natürlich entdeckt. Scheiße. Er spielt ein bisschen mit seiner Waffe rum. Okay. Kann er gerne machen. Ist mir scheißegal. Solange er mich nicht entdeckt. Wo ist er jetzt der andere? Oh, ich hab doch gesagt, nicht entdecken. Verdammte Scheiße. Ha, was? Hä? Okay, da unten. Ja. Die können doch oben gucken. Das ist hier ja so, das ist hier so komisch, ne? Das bin ich nicht gewohnt. Schmeiß den Giftreis. So. Und dann. Und Tschüss. So. Weg mit dir. Oh. Mann. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wo ist jetzt der andere? Wo ist jetzt der andere? Da war doch noch einer. Hä? Hier waren doch eben zwei. Verarsch mich nicht, Spiel. Komm schon. Komm schon. Ja, jetzt ist der da. Okay. Da. Da, da ist der. Er hat die Leiche entdeckt. Okay. Okay. Der verschwindet also einfach so. Ja, das ist... Ich nehme schon mal wieder den Giftreis, ne? Aber was machst du? Geh da weg. Freund. So, jetzt. Hör doch auf zu verschwinden. Ey, das ist... So. Jetzt. Nein, nein, nein. Giftreis. So. Dann geht's jetzt fokussiert dahin. Genau. Kann ich ihn jetzt killen? Nein! Oh Gott. Oh, Scheiße. Der hat mich gesehen, glaube ich. Aber er hat... Ja. Ich habe ihn rechtzeitig noch gekillt. So. So, okay. Dann traue ich mich mal wieder hier hin. So. Äh. Ja. Hier hinten war noch einer. Das weiß ich noch. Von Rikimaru. Ah. Da. Okay. Ja. Alles klar. Auf diesem Schiff da. Oh. Diesmal nicht, Freund. Diesmal nicht. Es sei denn, das ist Wasser. So. So. Und zack. Das war gut, ey. Das war doch mal geil. So. So. Ich hoffe, dass ich jetzt hier alle Gegner kriege. Health Potion. Geil. Nein. Kein Krach machen. Shit. Ah. Blöd, ey. So. Dann war hier links doch diese Frau da. Letztesmal. Aber die ist jetzt nicht. Ah. Okay. Bei Rikimaru war die zumindest. Ist okay. So. Immer wieder hier links. Ah. Hier war ich noch. Ah. Ah. Fettsack. 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 Okay. Der chillt da jetzt. Du hast Hunger? Kannst du gerne haben. Hier. Da ist ein Giftreis. Nimmt der den jetzt? Ja, der nimmt den. Alles klar. Sehr schön. So. Was hast du davon, wenn du Hunger hast, ne? Aber ich kann ihn jetzt irgendwie nicht mehr, nicht mehr zurücknehmen. Den Giftreis. Ne. Oder? Nein, 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 nein. Das verbrennt mich. Ah, scheiße. Boah. Oh. Egal. Ich hab mich jetzt einmal abfackeln lassen, aber dafür hab ich den Giftreis wieder. Ich glaub jetzt... Was? What? Wo denn? Wo denn? Irgendwo da, glaub ich. So. Ja. Irgendwo hier. Immer wieder den Giftreis. Da unten! Da ist doch noch einer. Ah. Ne. Oh, Hund. Scheiße. Da ist noch ein Hund irgendwo. Ist das dumm, ey. Mann. Wo kommt der? Wo kommt der? Mal ein bisschen... Ey. Da ist er doch. So. Hunde sind, glaub ich, nicht schlimm. Zack. So. Hunde sind nicht schlimm, glaub ich. Es zählen, glaub ich, hier nur... Äh... Gegner. Die einen entdecken. Ich weiß, Hunde sind auch Gegner, aber... Ihr wisst, was ich meine. Menschliche Gegner. Beziehungsweise Ninja Gegner. Oder... Keine Ahnung was. Böse Gegner. Ich hab keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Da vorne? Nein! Oh, wie blöd muss man sein. Wie blöd muss man sein. Was macht der jetzt da? Er entdeckt mich, okay. Fuck. Dann kill ihn so. Dann kill ihn so. Ist mir scheißegal. Zack, 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 zack. Ah! Und zack. Ah, scheiße. Oh Gott. Und zack, 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 zack. Nee, komm. Das wird mir zu blöd, ganz ehrlich. Oh, Junge. Nerv mich nicht. Nerv mich nicht. Oh, der nervt. Zack, 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 zack. Dann haben wir jetzt hier noch ein bisschen Spannung drin, von wegen, äh, ja, ein bisschen Kämpfen. So. Und zack, zack. Oh. Nee, das geht doch gar nicht, ey. Und zack. Haben wir noch ein bisschen Spannung hier drin, ist ja auch cool. Oh, Junge. So. So. Den hätten wir. Da ist mein Gift, Reis. Ich glaube, die Statistik wird wieder scheiße. Ja. Aber da weiß ich nicht. Das Level ist halt riesig groß, ne? Was? Was? Wer denn jetzt noch? Wer entdeckt mich da? Oh, hier? Ah, was? Ah, dieser Unschuldige, alles klar. Nee, dann. Geh mal wieder hier weg. Ich glaube, jetzt hab ich aber auch alle, hä? Ist dieser scheiß Unschuldige, beziehungsweise Gegner. Gegner-Scout. Oder was auch immer. So. Was denn? Okay, der kommt von links. Da! Okay. Alles klar. Nein, nicht runterrollen! Oh, ich bin so dumm manchmal, wirklich. Jetzt bin ich hier runtergerollt, obwohl ich den von oben beobachten wollte. Aber das ist okay, so. So, Gift, Reis. Ja, sehr schön. Oh, das ist ein richtig guter Tipp gewesen mit dem Gift, Reis. Ich danke dir, Jones. Oder Jonas. Du hast mir den Tipp gegeben richtig gut, ey. Boah. So. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir es. Gehen wir aufs Schiff. Ah, da liegt noch mein Giftreis. Schaut mal. Da liegt noch... Ah! Scheiße! Oh Gott! Alter! Da sind drei Leute! Das kann doch nicht sein! Drei Leute, die den Giftreis essen wollen. Wie geil ist das denn? Okay. Okay. So, dann. Der hat jetzt Krämpfe. Der hier ist jetzt tot. Ah, fuck. Natürlich werde ich wieder entdeckt. Ah! Mann! Wichser, ey. Wirklicher Wichser. Ein richtiger Penner hier. Ey, das gibt's ja auch nicht. Der wehrt alles ab. Die wehren alles ab hier. Oh! Dann ziehen die auch noch so viel ab mit einem Schlag. Und zack! So, nimm den. Das hat ja wieder gar nicht geklappt. Einen hab ich gekriegt, aber... Ja. Ne? Oder der andere, der Krampftyp? Krampftyp. Ja. Der ist jetzt da. Genau. Da ist noch einer. So. Okay. Er hat sich aber... Ja, nee. Er hat sich nicht beruhigt. Oh Gott. Okay. Wo rennst du hin, Typ? Da. Was macht der denn da? Er hat irgendwelche Krämpfe. Okay. Epilepsie. Hallo. Oh Mann, ey. Richtiger Krüppel hier, ey. So ein Sack. Was war das denn, ey? Naja, egal. Da ist noch einer. Giftreis, komm. Und ess ihn. Ja, Gott sei Dank. So. Okay. Sehr gut. Ja. Dann... ... bin ich jetzt, denke ich mal, hier auf dem Schiff. Ja. Alles klar, der Boss. Was? Du willst, dass du dich maten? Was? Du bist. Meine Gefühle sind genau, Fischmonger. Haha. Fischmonger, okay. Oh, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Der Typ ist heftig hier. Der Typ ist krass. So, Moment. Nimm den Booster gleich. Und nimm den Booster. So. Sack. Und zack. Ah. Shit. Nein, 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 nein. Sack. So. So. Und zack, 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 zack. Und weiter drauf. Und weiter drauf. Und weiter drauf hier. Und weiter drauf. Oh, Mensch. So, genau. Ja, der geht doch eigentlich relativ einfach mit dem Booster und wenn man immer schön attackiert. Und zack. Ah! Der hab ich ins Wasser geschmissen. Hey. Was soll das denn? So. Ich dachte, ich könnte den so kriegen. Oh. Ey. Zack, 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 zack. Und zack. Oh. Und zack, zack. Yes, geschafft. Oh. Gott sei Dank. So. You won't see him where you're going. Gott sei Dank. Nein. Wegen fünf Punkten hab ich jetzt Großmeister verpasst. Scheiße. Wegen fünf verfickten Punkten, ey. Shit. Naja, egal. Das Level war ganz okay jedoch. Ja. Ja, speicher das bitte. Und dann geht's jetzt mal direkt weiter hier mit der nächsten Katzin, würde ich sagen. Ah, die hab ich weggedrückt. Oh mein Gott. Nein, das wollte ich nicht. Das tut mir leid. Scheiße. Ich hab jetzt natürlich keine Ahnung, was für ein Level uns jetzt bevorsteht, ne. Aber ich glaube, einen Moment. Ich guck mal in meinen Uploads nach kurz. Ich hab die Katzin weggedrückt. Ah, ich bin so ein Volltrottel. Aber im Moment, das kann man ja ganz leicht rauskriegen. Ich mach hier grad mal meine Uploads auf. So, erobert das Schloss zurück. Heile die Prinzessin. Heile die Prinzessin kommt jetzt das nächste Level. Genau. So, also Prinzessin Kiko hat, ähm, hat jetzt grauen Starr oder so. Und er blindet langsam. Und wir sollen die, wir sollen die beschützen. Beziehungsweise heilen. Jo. Aber das würde ich sagen, jo. Sehen wir jetzt das nächste Mal. Äh, ich werde jetzt hier erstmal schneiden. Ich mache damit erstmal Schluss. Äh, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und alle, die, ähm, denen es gefallen hat, mögen mich doch gerne abonnieren. Oder zumindest liken. Würde mich sehr freuen. Und weitersagen auch. Und genau, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder schönen Abend, ne. Tschüss, tschüss.